Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nerd News, heute mal mit Notfallplan. Ich nehme mit dem iPhone auf und vielleicht ist der Sound auch nicht ganz so gut, denn... Ja, ich habe auf AMD AM5 umgerüstet und mein Windows 11 abgeschossen. Oh no! Anyway... Naja, wir legen los mit der News. Starten wir erstmal mit Square Enix. Die haben nämlich offensichtlich jetzt ein paar kleine Problemchen. Nicht nur, dass man ja viele Spielemarken abgestoßen hat, weil die keinen Profit abgeschmissen haben. So zumindest laut Square. Sondern tatsächlich gehen auch immer mehr Leute. Unter anderem zum Beispiel der Dragon Quest Produzent Ryota Ayami. Und der war seit 16 Jahren für die Dragon Quest Reihe zuständig. Ich hoffe jedenfalls, dass sich Square wieder fängt. Denn mir ist die Firma immer noch sehr sympathisch. Und ja, mal gucken, was da jetzt noch so kommen wird in nächster Zeit. Tja, Ubisoft bringt ein neues Siedler raus. Und was soll man sagen? So dolle kommt das momentan bei den Leuten nicht an. Aber Volker Wertig, der damals dort originale Siedler gemacht hat, der wird wahrscheinlich jetzt den nächsten Pioneers auf Pagonia rausbringen. Und was soll man sagen? Es sieht aus wie Siedler 2 und basiert auch auf Rundentaktik. Ich habe erst vor kurzem GameStar Podcast dazu gehört. Hört sich auf jeden Fall ganz nice an. Mal sehen, was da so rumkommen wird. Sollte man sich auf jeden Fall auf die Liste schreiben. Ist leider nicht so eingängig wie die Siedler als Name. Aber vormerken kann man sich das Ganze ja mal. Ja, die Farbe werde ich heute mal nicht ändern. Sonst muss ich hier immer das iPhone umstellen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal zum Xbox-Part. Und auch da gibt es ein paar neue News-Themen. Wir starten erst mal mit Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. Und ja, was soll man sagen? Eigentlich wurden die Online-Server im September 2022 abgestellt. Und jetzt laufen die wieder. Ihr könnt jetzt auf der Xbox 360 wieder online spielen. Warum das so ist, das weiß momentan noch niemand so richtig. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an dem Fan-Projekt, dass Xbox Live für die Xbox 1 wiederbelebt hat. Und Microsoft sich da vielleicht nicht so die Wurst vom Teller ziehen lassen will. Obwohl es das für die 360 noch nicht gibt. Na, mal schauen. Man kann ja einiges bewegen als Fans. Ein Spiel, auf das, was ich dringend warte, ist Atomic Heart. Denn das Ding kommt direkt für den Game Pass raus und sieht meines Erachtens nach fantastisch aus. Jetzt hat der Hersteller allerdings die Systemanforderungen dafür bekannt gegeben. Und ich packe die jetzt einfach mal in den Xbox-Part, weil ich die wahnsinnig spannend finde. Und das eventuell ein Titel sein könnte, der in höchsten Einstellungen auch auf der Xbox Series X läuft. Mit richtiger Optimierung. Denn tatsächlich hat das Spiel relativ niedrige Anforderungen. 4 GB RAM, eine GTX 960 oder eine RX 390 und gerade mal ein Quad-Core-Prozessor sollen es sein, um das Spiel mit 30 Frames in Full-HD und niedrigsten Einstellungen spielen zu können. Wahrscheinlich noch mit der einen oder anderen Optimierung. Aber auch auf den höheren Einstellungen ist es durchaus interessant zu sehen. Denn seien wir mal ehrlich, ultimative Einstellungen bringen eh kaum was. Und da kommen wir schon in den 60-Frames-Bereich mit einer relativ niedrigen Hardware. Schon ein 8700K oder ein 3600X, also ein 6-Kern-Prozessor von AMD oder Intel, werden dazu ausreichen, um das Spiel flüssig zu spielen. Und dazu kommt gerade mal eine 2070 Super. Also ja, da haben wir auf jeden Fall was vor uns. Klingt auf jeden Fall nice. Schnellen wir mal rüber in die Sony News. Und auch hier gibt es einige interessante Themen. Denn nachdem ja Nintendo die großartige Direct abgehalten hat, fragt sich natürlich jeder, was kommt denn als nächstes von den anderen Herstellern. Und laut Jeff Grubb soll schon bis zum 9. März eine State of Play von Sony folgen. Er warnt allerdings, die großen Titel werden wahrscheinlich erst zum PlayStation Showcase zur E3 kommen. Und da soll man wohl bis Juni, Juli warten müssen dann. Das heißt, wir können kleine Software-Titel sehen und vielleicht auch nochmal eine Übersicht der PlayStation VR-Titel. Und auch das wird wahnsinnig interessant. Ich feiere die Brille nämlich hart ab. Aber 600 Euro sind mir ehrlich gesagt noch ein bisschen viel. Aber die PlayStation VR 2 kriegt durchaus richtig Lobgesänge von verschiedensten Entwicklern. Beim Counter-Strike VR-Ableger Pavlov hat nämlich der Entwickler jetzt gesagt, das Ding ist besser zu programmieren als ein PC mit einer RTX 3090 Ti. Und das ist auf jeden Fall mal eine Aussage. Natürlich hat man das geschlossene System und mit allem drum und dran, was man da optimieren kann. Aber für eines der ersten PlayStation VR 2 Spiele ist das schon Wahnsinn. Und was man aus einer Konsole rausholen kann, zeigt ja momentan das Metroid Prime Remaster. Also vielleicht hat der Entwickler durchaus recht oder ist gerade einfach nur ein bisschen euphorisiert. Wenn ihr es nicht erwarten könnt, die PlayStation VR 2 selbst auszupacken, könnt ihr übrigens jetzt ein Unboxing-Video seitens Sony gucken. Und da werden die verschiedensten Sachen erklärt. Und da sieht man einfach, dass die VR-Entwicklung weit vorangeschritten ist. Zum Beispiel gibt es kleine Fächer, wo ihr eure Earbuds verstauen könnt. Und verschiedenste Einstellungsmöglichkeiten der Brille und vieles mehr. Schaut auf jeden Fall mal gerne rein. Sieht auf jeden Fall mega nice aus. Und gerade bei der PlayStation habe ich schon erwähnt, Metroid Prime Remastered. Und das ist verdammt schick anzusehen, dieses Spiel. Und ich denke mir die ganze Zeit, das ist zwar ein Remaster und man sieht es auch irgendwie an allen Ecken und Kanten, aber es ist einfach ein Grafik-Showcase auf der Nintendo Switch. Ohne Pro, ohne Nintendo Switch 2 läuft es mit butterweichen 60 Frames und das ist richtig genial. Allerdings muss man dazu sagen, nicht nur die Retro Studios haben daran gearbeitet, sondern insgesamt neun weitere Studios, unter anderem zum Beispiel Iron Galaxy. Also hier wurde eine ganze Menge Know-how, Potenzial und wahrscheinlich auch Geld in das Spiel reingesteckt. Finde ich ebenfalls richtig fantastisch. Werde ich mir zum dritten Dritten in der Retail-Fassung holen und da gibt es mittlerweile das Cover. Und wer die Gamecube-Fassung kennt, ja, keine Überraschung. Allerdings gibt es auch eine kleine negative Stimmung, denn die Original-Programmierer haben sich ein bisschen über den Titel ausgelassen. Zolt Kirsch, so heißt der gute Mann, sagt nämlich, dass die Texturen der Türen falsch dargestellt sind. Und er hat gesagt, das muss dringend gefixt werden. Er hat ewig gebraucht, diese Türen richtig hinzubekommen. Das Alpha-Level, was bei den Türen angewendet wurde, wurde nämlich beim Remaster falsch umgesetzt. Und er hat gesagt, das muss gefixt werden. Allerdings sagt er auch im selben Atem zu, er ist absolut fasziniert von dem Remaster. So eine gute Arbeit hat er schon lange nicht mehr gesehen. Vor allem, wenn man bedenkt, auf welcher Hardware das Spiel läuft. Eben hatten wir schon die Verpackung von Metroid Prime Remastered, aber es gibt jetzt auch die offizielle Verpackung von Metroid Prime Remastered. Nein, natürlich Pikmin 4. Und was soll man sagen, sieht wirklich hübsch aus. Zumindest im Vergleich zur Grafik, die in der Direct gezeigt wurde. Denn die hatte leider rein von der Auflösung und auch von der Texturdichte nicht mehr so viel zu tun mit dem, was wir als Teaser-Trailer gesehen haben. Und da habe ich ja damals schon in meinem Meinungsvideo vermutet, haben wir eventuell schon Next-Gen-Grafik gesehen. Denn das war doch damals sehr ungewöhnlich für die Nintendo Switch. Da ist doch ein bisschen Schärfe und auch Detailreichtum flöten gegangen. Aber naja, es wird trotzdem ein großartiges Spiel. Wovon ich allerdings nicht so überzeugt bin, sind tatsächlich die Button Kytos Remaster. Und ja, was soll man sagen, die sahen jetzt nicht so dolle aus. Und das bestätigt sich auch ein bisschen aus der Richtung von Bandai Namco. Die Spiele sind zwar eine absolute Tradition auf dem Gamecube gewesen und haben sich auch viele Fans gewünscht. Allerdings, ja, das Spiel läuft in Full HD mit 30 Frames. Und ich finde, guckt euch Metroid an. Da hätte man einfach mehr rausholen können, meines Erachtens nach. Und nein, wir sehen mal wieder an Metroid, es hat nichts mit der Nintendo Switch Hardware zu tun, da richtig gute Grafik rauszuzaubern. Und dann trotzdem natürlich eine schöne Collection. Ein zweites Detail gibt es allerdings auch noch. Und zwar, naja, nur die japanische Sprachausgabe wird enthalten sein. Warum? Weil die englische teilweise klang wie durch eine Dose gesprochen. Und die hat man jetzt nicht überarbeitet. Und man hat auch nicht mehr die Originalfiles von den Originalaufnahmen gehabt. Und deswegen hat man die komplett rausgestrichen. Das heißt, wenn ihr die Remaster spielen wollt, dann müsst ihr euch an Japanisch gewöhnen. Interessante News-Meldungen gibt es allerdings auch noch aus Richtung Zelda, TOTK und auch direkt von Herrn Furukawa. Kommen wir erstmal zu Zelda, TOTK. Und ja, da gibt es ein kleines Update zur Speichergröße, den ihr benötigen werdet. 18,2 Gigabyte wird es für die Download-Version sein. Knapp 13 Gigabyte waren es noch für den Vorgänger. Wenn wir jetzt überlegen, da kann man eine ganze Menge Optimierung reinstecken. Und Nintendo ist sehr gut in Optimieren. Sind 5 Gigabyte auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge. Hier werden wir also wahrscheinlich ein Riesenspiel erwarten dürfen, was uns in mehreren Ebenen faszinieren wird. Auch weitere Details gibt es, dass ihr weitere Amiibo nutzen dürft. So zum Beispiel die Majora's Mask für den Gleiter. Leider ist diese Figur verdammt selten. Naja, mal sehen. Vielleicht wird die auch noch nachproduziert. Und Herr Furukawa hat sich auch nochmal geäußert. Macht euch keine Sorgen. Eure Nintendo Switch wird auch weiterhin versorgt. Was auf der einen Seite heißt, geil. 122 Millionen Leute dürfen sich über Software freuen in den nächsten Jahren. Was auf der zweiten Stelle heißt, geil. Die Playstation 2 wird wahrscheinlich bald als meistverkaufte Konsole abgelöst. Und was an der dritten Stelle heißt, die Nintendo Switch 2 ist wahrscheinlich noch verdammt weit weg. Denn auch Splatoon bekommt noch Updates bis Ende 2024. Das muss jetzt nichts heißen, denn Nintendo hat ja angekündigt, dass die Nintendo Switch 2 10 Jahre supported wird. Das heißt noch lange nicht, dass da nicht schon eine andere Konsole kommen könnte. Aber ja, dass wir dieses Jahr noch was von der Nintendo Switch 2 sehen, wird leider immer unwahrscheinlich. Zwei kleine Themen haben wir noch im Ticker und dann sind wir für heute auch durch. Deswegen will ich mich nochmal ganz lieb bedanken bei meinem Dauerpartner Retroplace.com. Schaut mal unten in den Link in der Beschreibung. Da gibt es eine ganze Menge günstiger, gebrauchter Retro-Spiele, die aber meistens in einem sehr guten Zustand sind. Mit einer neuen Webseite und allem drum und dran. Wie gesagt, unten der Link in der Beschreibung. Und jetzt machen wir noch schnell den Ticker. Earthworm Jim 4 wurde offensichtlich eingestellt. Denn das Intellivision Amico kommt ja nicht mehr auf den Markt und Earthworm Jim ist wahrscheinlich mit die Kloake runtergegangen. Das will man nun klangheimlich bestätigt haben. Ja, das ist natürlich verdammt schade, aber vielleicht wird es ja nochmal für andere Geräte kommen. Wie zum Beispiel Nintendo Switch. Die kann ja jetzt noch ein bisschen Software gebrauchen. Zu guter Letzt allerdings noch Sega. Und nachdem man ja gedacht hat, der 3D-Sonic ist tot, sieht es jetzt wieder ein bisschen anders aus. Denn Sonic Origin Plus wurde jetzt bewertet von der koreanischen Jugendschutzbehörde. Das heißt, hier könnte eventuell noch ein bisschen was mit Zusatzcontent kommen. So, das war es dann allerdings auch schon mit der aktuellen Nerd News. Wenn ihr wollt, schaut doch gerne mal bei unserem Podcast nerdpodcast.de vorbei. Da erfahrt ihr dann auch aktuellste Gaming-Themen. Und ja, was soll ich sagen, ist ein geiler Podcast. Kann man mal machen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.